Also ich möchte jetzt darüber sprechen, wie man in so einem Land, wie eine Frau, eine Regisseurin, einen Film drehen kann. Weil eine Frau da darf überhaupt keine Befehle Männern gegenüber sagen. Die muss einen Mann bitten, damit der einem Mann was befehlt. Also muss man sich mal nachdenken. Wir hier in Deutschland haben sich Frauen viel besser und eine größere Vielfalt. Mit den Juden, da hatten halt alle keine Rechte. Schon irgendwie scheiße. Muss man mal drüber nachdenken.